Ja, damit ein wunderschönes herzliches Willkommen, liebe Freunde zu Moonlight. Mein Name ist der Sebi von Zock Edelbisch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jetzt hört man auch die coole Musik von Moonlighter. Ja, das Spiel habe ich nicht getestet, habe ich nicht angespielt und deswegen bin ich gespannt, wie das so wird. Es gibt sogar DLC, sehe ich gerade, zwischen den Dimensionen. Aber nichtsdestotrotz starten wir gleich mal in das Spiel rein und gehen auf neue Spiele. Und ich spiele mit dem Controller. Neue Spiele, ein normaler Spielslot, ja. Schwer empfohlen, was für Spiele, die sich auf die Story konzentrieren möchten. Der ursprüngliche von den Entwicklern vorgesehen ist ein Schwierigkeitsgrad empfohlen für die meisten Spieler. Für Spiele, die eine kämpfliche Herausforderung suchen. Oh, ich bin eigentlich mehr dieser Normaltyp. Kann spät in die Spielsüge gehen. Ja, okay, wenn es noch geht, dann, wenn wir das jetzt jederzeit erinnern können, dann mache ich erstmal das hier. So. Unter den Sternen der Nacht gibt es ein Land, das so alt ist wie die Vorstellungskraft. In einer Nacht tauchten in diesem Land Labyrinthe volle, außergewöhnliche Schätze an tödlicher Kreaturen auf. Sie nannten sie Dungeons, seltsame, sie ständig für eine Ruine in unbekannte Länder. Bald wurde in der Nähe der Dungeons ein Dorf, der ein wenig Neugierigen gegründet hat. Diesen nannten sie Joknox. Unter den Ziedlern strahlten zwei Gruppe am hellsten. Helden und Kaufleute, Ruhm und Reichtum. Aber die Dungeons erwiesen sich als zu gefährlich. Das Leben wurde hart für den Start. Vor allem den jungen Besitzer der ältesten Lands, Mile of Moonlighter. Der lange davon träumte, geheimnisvolle fünfte Tür des Dungeons zu öffnen. Laden. Okay, du, okay, ich glaube, das ist das Tutorial. Ähm, was ist das? Okay, wir haben oben X, A. Ich muss den Gruppenkontrollen haben, ja. Dann kann man nix da machen, ne. Können wir da... Oh. Okay, ich kann das hier kaputt machen. Aber ich kann jetzt hier so an sich den Zaustör nicht aufgeben zu zeigen, ne. Ich drücke X, A. Okay, na gut, vielleicht ist es das erste Mal so... Ja, äh... Wie gehen wir da? Ja. Okay. Warum zackt man das Spiel nicht, was ich zu tun habe. Müssen wir das jetzt einfach nur Steuerung ausprobieren, oder wie? Ich habe nichts gedrückt. Ich habe nichts gedrückt. Ah. Ah, mit LT. Okay. Jawoll. So wie das. Ähm. Okay. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Das war jetzt blöd. Haben wir... Ist doch nochmal schnell. Ja, das war jetzt mit Y. Okay. So rollen wir vor. Oder springen. Wie auch immer. Ähm. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hä? Kann ich mit Ihnen reden? O-o-w-wa-wa-w-wa-wa wat? Ich denke jetzt gerade gar nichts mehr an. Ich. Ich. Okay, nochmal von vorne her. Ähm. Hey, okay, warte mal, LT ist, mach ich, ey, gibt's ne Combo, 0 von 20, also es zeigt schon mal, was bedeutet X und A, das ist halt die Frage, ich drück da und A, aber es tut sich jetzt nix, wenn ich jetzt vor ihm hingehe, wenn ich noch näher kann ich nimmer, L, T, R, T, warte mal, ich hab LT und RT zusammengedrückt, wie kommt, hä, das ist ja jetzt gar nicht, hab ich denn, okay, wir spielen das Tutorial jetzt, das versteh ich jetzt, ah, ist klar, es ist LT, RT, ah, L, T, was ist das, uh, oh, ist das mit dem Besen, wir können wieder mit dem Besen, anscheinend, ja, okay, Ah, jetzt kann ich switchen mit Elby, aha, okay, Ah, jetzt kann ich öffnen, uraltes Gefäß, das nehmen wir mal auf und können das mal in mein Inventar packen, was ist das, kaputtes Schwert, ich glaub das wird uns nicht weiterhelfen, oder, jetzt pack ich es einfach mal hier rein und das war es auch schon, ne, Ah, okay, krass, ja, cool, ist jetzt leer, ah, oh, das Gefäß und dann das Rahmen, oder was, Gießereireste, Gießereireste, alles klar, Ah, okay, 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 oh, äh, ähm, Scheiße, hab ich jetzt alles verloren? Hä? Ach, das war, ach, das war so gewollt, dass ich hier, für dir, Wie du aussiehst, wie du aussiehst, und ganz alleine, Ruhe dich, ein weichen Auswillen, bei mir bist du sicher. Dankeschön. Home, Shop, Ah, den Shop. Selbst als Kind hast du dich bereits zu Dungeons interessiert. Okay. Oh, jetzt hört man im Mund. Kein Zweifel, du bist genauso davon besessen, wie der alte Piet. Morgen, Jönchen. Hat sich unser kleiner Händler über das vernommen? Will, hör mir zu. Ich will ehrlich mit dir sein. Du bist der letzte deiner Familie. Niemand außer dir kann sich um den Moonlighter kümmern. Du kannst nichts so weitermachen und alles aufs Spiel setzen. Dein Leben für diesen Unzen vom fünften Torzugskind ist dumm. Lass es einfach auf sich beruhen. Sammle einfach ein paar Artefakte und verschwinde dann mit deinem Anhänger aus dem Dungeon und verflückst nochmal hier auf, deinen Besner-Safel zu nutzen. Draußen ist das gefährlich. So ganz allein. Nimm das hier. Das habe ich damals benutzt. Jetzt brauchst du es mehr als ich. Na gut. Dann hoch mit dir. Du lässt den Tag verstreichen. Kümmel dich um deinen Laden. Sehen wir doch mal, ob wir dir ein paar meiner Tristen in den Schädel hämmern können. Die habe ich von deinem Großvater. Das ist schon so viele Jahre her. Okay. Jetzt haben wir... Können wir dann noch eine Truhe öffnen? Oder können wir jetzt irgendwie unser Inventar verstauen? Aber vielleicht können wir es verkaufen. Um deine Sachen erfolgreich zu verkaufen, bedarf es zwei Dinge. Kenne den Wert und die Nachfrage eines Gegenstandes. Komm schon. Öffne den Laden und lass die Kunden rein. Warte mal. Halt den Laden öffnen. Gute Tag. Herzlich willkommen in meinen Shop. Du hast gesehen, der optimale Gesichtsausdruck. Die ging nicht nur mal weder zu teuer noch zu billig. Achte auf die Gesichter deiner Kunden. So hat dein Großvater immer herausbekommen, ob die Preise stimmten. Okay. Und das ist zu teuer, ne? Für ihn. Ja. Also würde ich sagen, dass der Gegenstand zu teuer war? Es war einfach eine Lektion mit dem Kind. Denk dran. Verkaufe Peter. Gehe schon nicht zu oft. Wenn du den Markt überschwänzt, musst du deine Preise senken. Kaufe teuer, wenn die Nachfrage oben ist und immer in den Maßen. Zählen dein Ende mit dem Buch. Es enthält alle Informationen. Okay. Überwachung und Artefakte, die du entdeckt hast. Also. Neu. Genau. RT. Okay. Kristall. Was nun? Die Sonne geht unter. Es wird Zeit. Ich geh besser, denn den Rest schaffst du sicher leider. Es liegt an dir, diesen Laden zu alter Größe zurückzuführen. Glaub mir, du hast das im Blutwillen. Mach deinem Großvater stolz. Probier doch in der Zwischenzeit ein neues Schwert aus. Nachts sind Dungeons gefährlich, aber es locken wertvolle Tefakte. Okay. Okay. Wag dich nur nicht zu weit vor. Nütze den Anhänger. Welchen Anhänger? Ja. Geh jetzt. Mein Altgut noch ein bisschen ruhen. Ach, das ist sein Shop? Ich dachte, das ist jetzt hier meiner eigene. Ich dachte, das ist jetzt hier meiner eigene. Äh. Jo. Moin. Moin. Was für eine Stadt. Okay. Hier sind Dungeons. Ah, okay. Na gut, dann gehen wir mal Richtung Dungeons. Und, ähm. Okay. Ja gut, das ist die Dungeons-Stadt, wo ich sag mal, wo wir mal herkommen. Guck mal, wo wir sind. Guck mal, wo wir sind. Na gut, bevor wir da reingehen, würde ich sagen, machen wir hier ein kurzes Cut und wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Bis bald.